Tweetet! Tweetet! C'est parti! Einige Experten glauben, dass Hamburg spätestens an Paris scheitern wird. Dennoch bleibt man in der Hansestadt gelassen. Ich glaube, Hamburg muss sich von niemandem fürchten. Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen das Beste machen, was wir machen können. Ich habe immer gesagt, wir müssen die besten Voraussetzungen für die Athleten und Sportler schaffen. Damit können wir am allermeisten überzeugen. Der Rest ist Handwerk. Das können wir. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wo am Ende das olympische Feuer entfacht wird, das entscheidet sich im September 2017 in Lima in Peru. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.